moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr jede runde wins fahren könnt indem ihr einfach in lobby spielt wo nur bots sind ausschließlich bots leute und zwar was ihr dafür braucht ist ein handy account ihr müsst euch einfach einen neuen account auf dem handy erstellen den lebt ihr dann in die gruppe ein oder ihr joint ihr joint ihn macht am besten auch nicht auffüllen alles was ihr da machen ist leute ihr drückt ready wichtig dabei ist dass dieser handy account unter level 10 sein muss wie ihr seht ist mein account auf level 1 ihr könnt auch ganz einfach vermeiden dass diese account sich levelt und zwar wenn ihr der lobby joint dann könnt ihr einfach mit dem handy account verlassen dann braucht ihr also ihr braucht den gar nicht mehr in der lobby und den unnötig zu level so könnt ihr auch zum beispiel manche mission mit füge schaden zu töten dort und dort gegner und so ganz easy erledigen ich verlasse jetzt mit dem handy account bin jetzt nur noch mit meinem main account drin so das sind jetzt alles was das sind jetzt alles was leute da ist kein normaler spieler dabei ihr merkt das auch daran dass die lobbies direkt voll sind normalerweise ist ja wenn ihr dann ihr wartet 60 spieler 70 spieler wird immer mehr aber bei diesen bot lobbies sind die direkt voll ihr wartet eigentlich nur noch auf den bus das dauert jetzt gerade ein bisschen so leute nun im spiel angekommen lande ich jetzt einfach mal hier bei dirty dogs also 99 spieler in der lobby ohne mich sind 98 sprich ich gegen 98 bots die bots bekämpfen sich auch untereinander die verlieren sogar in der regel gegen diese handlanger also es sollte kein problem sein eigentlich hier winzonen so leute dann lande ich mal erst mal irgendwo und zeige ich mal dass es wirklich nur bots sind so leute das sind jetzt alles bots so leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da ein aber wenn ich schlecht und ja ansonsten bis zum nächsten mal was gut so leute Untertitelung des ZDF, 2020